Die Hörbar präsentiert Die Zeitmaschine von Herbert George Wells Teil 2 Das Reisen in der Zeit Einigen von Ihnen habe ich am letzten Donnerstag ein wenig von den Prinzipien der Zeitmaschine erzählt und ich habe Ihnen das Ding selber unvollendet in der Werkstatt gezeigt. Da steht es auch jetzt, freilich ein wenig abgenutzt. Auch ist eine Elfenbeinstange zerbrochen und eine Messingschiene verbogen, aber sonst ist sie heil. Ich erwartete, ich würde sie Freitag fertig bekommen, aber als ich Freitag beinahe mit dem Zusammensetzen fertig war, fand ich, dass eine der Nickelstangen genau einen Zoll zu kurz war und ich musste sie neu machen lassen. So wurde die Maschine erst heute Morgen fertig. Heute gegen 10 Uhr begann die erste aller Zeitmaschinen ihre Karriere. Ich legte die letzte Hand an, sah noch einmal alle Schrauben nach, tat noch einen Tropfen Öl auf die Quarzstange und setzte mich auf den Sattel. Ich vermute, ein Selbstmörder, der sich die Pistole an den Schädel hält, muss ungefähr ebenso fragen wie ich, was nun kommen werde. Ich nahm den Vorwärtshebel in die eine, den Rückwärtshebel in die andere Hand, presste den einen und fasste sofort auch den anderen. Mir war, ich drehte mich, ich hatte die Alpempfindung des Fallens. Und als ich mich umsah, sah ich das Laboratorium genau wie vorher. War irgendetwas geschehen? Einen Moment lang argwöhnte ich, mein Intellekt habe mich betrogen. Dann sah ich auf die Uhr. Einen Moment zuvor, wie es schien, hatte sie noch etwa eine Minute nach 10 gestanden. Jetzt war sie fast halb vier. Ich holte Atem, biss die Zähne zusammen, fasste den Vorwärtshebel mit beiden Händen und ging mit einem dumpfen Schlag los. Das Laboratorium wurde neblig und dunkel. Mrs. Wetchit kam herein und ging, offenbar ohne mich zu sehen, zur Gartentür. Sie wird wohl eine Minute oder so gebraucht haben, um durchs Zimmer zu gehen. Aber mir kam es vor, als schesse sie wie eine Rakete hindurch. Ich drückte den Hebel zu seiner äußersten Lage hinüber. Die Nacht kam, wie wenn man eine Lampe ausbläst, und im nächsten Moment kam der Morgen. Das Laboratorium wurde blass und verschwommen, dann blasser und immer blasser. Hierauf kam schwarze Nacht, dann wieder Tag, wieder Nacht, wieder Tag, schneller und immer noch schneller. Ein wirbelndes Murmeln füllte mir die Ohren und eine seltsame, dumpfe Verwirrung senkte sich auf meinen Geist. Ich fürchte, die eigenartigen Sensationen des Reisens in der Zeit kann ich nicht klar machen. Sie sind außerordentlich unangenehm. Man hat ein Gefühl wie auf der Rutschbahn, ein Gefühl hoffnungsloser, jäher Bewegung. Ich hatte auch dasselbe furchtbare Gefühl eines drohenden Zusammenstoßes. Als ich die Geschwindigkeit vermehrte, folgte die Nacht dem Tage wie das Schlagen eines schwarzen Flügels. Dann schien die dunkle Andeutung des Laboratoriums von mir abzufallen, und ich sah die Sonne über den Himmel hüpfen. Jede Minute sprang sie hinüber, und jede Minute war ein Tag. Ich dachte mir, das Laboratorium sei zerstört, und ich sei in die freie Luft hinausgekommen. Ich hatte eine dunkle Empfindung des Stürzens, aber ich ging schon zu schnell, um mir noch sich bewegender Dinge bewusst zu werden. Die langsamste Schnecke, die jemals kroch, raste zu schnell an mir vorbei. Die blinkende Folge von Dunkelheit und Licht war fürs Auge außerordentlich schmerzhaft. Dann sah ich in den dunklen Intervallen den Mond schnell durch seine Viertelspinnen, vom Neumond bis zum Vollmond, und dunkel sah ich die kreisenden Sterne. Dann wurde, als ich immer noch an Geschwindigkeit gewann, das Zucken von Tag und Nacht zu einer kontinuierlichen Grauheit. Der Himmel nahm eine wundervolle Tiefe des Blaus an, eine glänzende, leuchtende Farbe gleich der des frühen Zwielichts. Die sprengende Sonne wurde ein Feuerstreif, ein glänzender Bogen im Raum, der Mond ein schwächeres, fluktuierendes Band, und von den Sternen konnte ich nichts mehr sehen, als hin und wieder einen helleren Kreis, der im Blau aufzitterte. Die Landschaft war neblig und unbestimmt. Ich war noch auf dem Bergabhang, wo jetzt dieses Haus steht, und der Vorsprung des Hügels erhob sich grau und unbestimmt über mir. Ich sah Bäume wie Dampfstrahlen wachsen und sich ändern, jetzt braun, jetzt grün, sie wuchsen, breiteten sich aus, zerbrachen und verschwanden. Ich sah große Gebäude sich matt und schön erheben und wie Träume schwinden. Die ganze Oberfläche der Erde schien verändert, unter meinen Augen zu schmelzen und zu zerfließen. Die kleinen Zeiger auf den Zifferblättern, die meine Geschwindigkeit angaben, rasten rascher und rascher herum. Dann sah ich, dass der Sonnengürtel in einer Minute oder weniger von Wendekreis zu Wendekreis auf und niederschwankte und dass also meine Geschwindigkeit über ein Jahr in der Minute betrug und Minute für Minute blitzte der weiße Schnee über die Welt und verschwand und ihm folgte das helle kurze Grün des Frühlings. Die unangenehmen Empfindungen des Aufbruchs waren jetzt weniger aufdringlich. Sie versanken schließlich in einer Art hysterischer Heiterkeit. Ich bemerkte freilich ein schwerfälliges Schwanken der Maschine, das zu erklären nicht außerstande war. Aber mein Geist war zu verwirrt, um darauf zu achten, und so warf ich mich mit einer Art Wahnsinn, der mich überkam, in die Zukunft. Erst dachte ich kaum daran aufzuhören, ich dachte kaum an anderes als diese neuen Empfindungen, aber dann stieg in meinem Geist eine neue Reihe von Eindrücken empor, eine gewisse Neugier und zugleich eine gewisse Angst, bis sie mich schließlich ganz in Besitz nahmen. Welche seltsamen Entwicklungen der Menschheit, welche wundervollen Fortschritte gegen unsere rudimentäre Zivilisation, dachte ich, mussten sich nicht herausstellen, wenn ich näher in die dunkle, flüchtige Welt hinausschaute, die vor meinen Augen raste und pochte. Ich sah große und glänzende Architektur um mich aufsteigen, massiver als irgendwelche Gebäude unserer Zeit und doch, wie es schien, aus Glimmern und Nebel gebaut. Ich sah ein reicheres Grün den Hügelhang herauf fließen und ohne winterliche Unterbrechung bleiben. Selbst durch den Schleier meiner Verwirrung erschien mir die Erde sehr schön. Und so kam ich auf den Gedanken, Halt zu machen. Die besondere Gefahr lag in der Möglichkeit, dass ich in dem Raum, den ich oder die Maschine einnahm, auf Substanz stoßen würde. Solange ich mit großer Geschwindigkeit durch die Zeit fuhr, machte das nichts aus. Ich war sozusagen verdünnt, schlüpfte wie ein Dunst durch die Interstitien dazwischenliegender Substanzen. Aber wenn ich anhielt, so musste ich mich Molekül für Molekül in alles hineinquetschen, was mir etwa im Wege lag. Ich musste meine Atome mit denen des Hindernisses in so intime Berührung bringen, dass eine tiefe chemische Reaktion, womöglich eine weitreichende Explosion, erfolgen und mich und meinen Apparat aus allen möglichen Dimensionen heraus ins Unbekannte schleudern musste. Diese Möglichkeit hatte sich mir immer wieder vorgestellt, als ich die Maschine machte. Aber da hatte ich sie freudig als eine unvermeidliche Gefahr hingenommen, eine von den Gefahren, die ein Mann auf sich nehmen muss. Jetzt, da ich der Gefahr nicht mehr entgehen konnte, sah ich sie nicht mehr in dem freudigen Licht. Die Sache war die, unmerklich hatte die absolute Fremdartigkeit von allem, das elende Brummen und Schwanken der Maschine und vor allem die Empfindung beständigen Fallens meine Nerven vollständig in Unordnung gebracht. Ich sagte mir, ich werde nie anhalten können und in einem Anfall von Eigenwillen beschloss ich, sofort anzuhalten. Wie ein ungeduldiger Narr zog ich den Hebel herüber und unaufhaltsam überschlug sich das Ding und ich flog kopfüber durch die Luft. In meinen Ohren dröhnte es wie Donner. Ich war vielleicht einen Moment betäubt. Ein erbarmungsloser Hagel zischte um mich und ich saß auf weicher Wiese vor der umgestürzten Maschine. Alles schien noch grau, aber bald merkte ich, dass die Verwirrung in meinen Ohren aufgehört hatte. Ich sah mich um. Ich saß auf Gras, dass ein kleiner Rasen in einem Garten zu sein schien. Er war von Rotodendronbüschen umgeben und ich sah, dass ihre violetten und purpuren Blüten sich unter dem Schlag der Hagelkörner senkten. Der springende, tanzende Hagel hing an einer kleinen Wolke über der Maschine und trieb wie Rauch über den Boden hin. In einem Moment war ich bis auf die Haut nass. »Schöne Gastfreundschaft«, sagte ich, »gegen einen Mann, der unzählige Jahre durchreist hat, um Euch zu sehen.« Alsbald dachte ich, welch ein Narr ich war, mich durchnässen zu lassen. Eine kolossale Gestalt, offenbar aus irgendeinem weißen Stein gemeißelt, ragte undeutlich durch den nebligen Guss über den Rotodendron auf. Aber sonst war nichts von der Welt zu sehen. Meine Empfindungen würden schwer zu schildern sein. Als die Hagelsäulen dünner wurden, sah ich die weiße Gestalt deutlicher. Sie war sehr groß, denn eine Silberbirke reichte ihr bis an die Schulter. Sie war aus weißem Marmor, an Gestalt etwa wie eine geflügelte Swings, aber die Flügel trug sie nicht vertikal an den Seiten, sondern ausgebreitet, sodass sie zu schweben schien. Das Piedestal schien mir, war aus Bronze und es war dick mit Grünspan bedeckt. Das Gesicht war mir zugewendet. Die blinden Augen schienen mich zu beobachten. Auf den Lippen lag der leichte Schatten eines Lächelns. Sie war sehr verwittert und das machte den unangenehmen Eindruck von Krankheit. Ich stand und sah sie eine kleine Weile an, vielleicht eine halbe Minute oder eine halbe Stunde. Sie schien vorzurücken oder zurückzuweichen, je nachdem der Hageldichter oder Dünner vor ihr niederging. Schließlich zog ich die Augen einen Moment von ihr ab und sah, dass der Hagelvorhang fadenscheinig geworden war und dass der Himmel sich mit einem Versprechen des Sonnenscheins aufhellte. Ich sah wieder zu der kauernden weißen Gestalt empor und mich überkam plötzlich die ganze Vergangenheit meiner Reise. Was mochte erscheinen, wenn dieser neblige Vorhang ganz zurückgezogen war? Was konnte nicht mit den Menschen geschehen sein? Wie, wenn die Grausamkeit zu einer gewöhnlichen Leidenschaft geworden war? Wie, wenn das Geschlecht in der Zwischenzeit seine Mannhaftigkeit eingebüßt und sich zu etwas Unmenschlichem, Unsympathischem und überwältigend Mächtigem entwickelt hatte? Ich mochte als ein wildes Tier aus der alten Welt erscheinen, nur um so furchtbarer und widriger wegen einer Ähnlichkeit, ein ekliges Geschöpf, das man alsbald erschlagen musste. Schon sah ich andere Gestalten, gewaltige Gebäude mit verschlungenen Brustwehren und großen Säulen und einen bewaldeten Hügelhang, durch den sich legenden Hagelsturm undeutlich gegen mich herankriechen. Mich ergriff panische Furcht. Ich wandte mich wie wahnsinnig zur Zeitmaschine und versuchte, sie wieder aufzurichten. Und als ich das tat, schlugen die Strahlen der Sonne durch den Gewitterguss. Der graue Hagel wurde beiseite gefegt und verschwand wie das schleppende Kleid eines Geistes. Über mir wirbelten im intensiven Blau des Sommerhimmels einige schwache braune Wolkenfetzen in das Nichts. Die großen Bauten um mich standen klar und deutlich da und glänzten von der Nässe des Gewittergusses. Ich fühlte mich, wie sich ein Vogel in klarer Luft fühlen mag, wenn er weiß, dass der Falke über ihm schwebt und zupacken wird. Meine Angst wurde zum Wahnsinn. Ich holte Luft, biss die Zähne aufeinander und rang noch einmal wild mit Hand und Knie an der Maschine. Sie gab unter meinem verzweifelten Angriff nach und drehte sich um. Sie schlug mir heftig gegen das Kinn. Eine Hand auf dem Sattel, die andere auf dem Hebel, so stand ich schwer atmend in der Stellung da, um wieder aufzusteigen. Aber mit dieser Möglichkeit schnellen Rückzugs gewann ich auch meinen Mut zurück. Ich blickte mit mehr Neugier und weniger Furcht auf diese Welt der fernen Zukunft. In einer kreisrunden Öffnung hoch oben in der Mauer des näheren Hauses sah ich eine Gruppe von in reiche, weiche Gewänder gekleideten Gestalten. Sie hatten mich gesehen. Und ihre Gesichter waren mir zugewandt. Dann hörte ich Stimmen sich mir nahen. Durch die Büsche bei der weißen Sphinx kamen Köpfe und Schultern laufender Männer. Einer von ihnen tauchte auf einem Pfad auf, der geradeswegs zu dem kleinen Rasen führte, auf dem ich mit meiner Maschine stand. Es war ein kleines Geschöpf, vielleicht vier Fuß hoch, in eine purpurne Tunika gekleidet, über den Hüften mit einem Ledergürtel gegürtet. An seinen Füßen trug er Sandalen oder Schuhe, ich konnte es nicht deutlich sehen. Seine Beine waren bis zu den Knien nackt und sein Kopf unbedeckt. Als ich das sah, merkte ich zum ersten Mal, wie warm die Luft war. Es erschien als ein sehr schönes und anmutiges Geschöpf, aber als unbeschreiblich zerbrechlich. Sein gerötetes Gesicht erinnerte mich an die schönere Art von Schwindsüchtigen, an jene hektische Schönheit, von der wir so viel haben zu hören bekommen. Bei seinem Anblick gewann ich plötzlich meine Zuversicht zurück. Ich nahm die Hände von der Maschine. Und dieses zerbrechliche Geschöpf aus der Zukunft. Es kam direkt auf mich zu und lachte mir in die Augen. Dass in seiner Haltung jedes Zeichen von Furcht fehlte, fiel mir sofort auf. Dann wandte er sich zu den beiden anderen, die ihm folgten, und sprach mit ihnen in einer fremden und sehr lieblichen, flüssigen Sprache. Es kamen noch mehr und bald umstand mich eine Gruppe von vielleicht acht oder zehn dieser feinen Geschöpfe. Einer von ihnen redete mich an. Merkwürdig genug, mir kam der Gedanke, meine Stimme sei für sie zu hart und zu tief. Also schüttelte ich den Kopf, zeigte auf meine Ohren und schüttelte ihn wieder. Er trat einen Schritt vor, zögerte und berührte dann meine Hand. Dann fühlte ich mehr kleine, weiche Taster auf Rücken und Schultern. Sie wollten sich überzeugen, dass ich wirklich war. All das war durchaus nicht besorgniserregend. Ja, irgendetwas in diesen hübschen, kleinen Leuten flößte Vertrauen ein. Eine anmutige Weichheit, eine gewisse kindliche Unbefangenheit. Und außerdem sahen sie so gebrechlich aus, dass ich mir vorstellen konnte, wie ich das ganze Dutzend von ihnen wie Kegel umwarf. Aber ich machte eine plötzliche Bewegung, um sie zu warnen, als ich ihre kleinen, rosigen Hände nach der Zeitmaschine tasten sah. Zum Glück dachte ich da, ehe es zu spät war, an eine Gefahr, die ich bisher vergessen hatte. Und indem ich über den Rahmen der Maschine griff, schraubte ich die kleinen Hebel los, die sie in Bewegung setzten, und steckte sie in die Tasche. Dann drehte ich mich wieder um, um zu sehen, was sich zu einer Verständigung tun ließ. Und dann blickte ich ihnen genauer in ihre Züge und sah einige weitere Besonderheiten ihres Meißener Porzellantypus der Schönheit. Ihr Haar, das durchweg lockig war, hörte auf Hals und Backen scharf auf. Im Gesicht war nicht die geringste Spur davon vorhanden und ihre Ohren waren merkwürdig klein. Der Mund war klein, mit leuchtendem Rot und ziemlich dünnen Lippen, und das kleine Kinn lief in eine Spitze aus. Die Augen waren groß und mild, und das mag als Egoismus meinerseits erscheinen, mir war sogar, als ließen sie es an dem Interesse fehlen, das ich von ihnen hätte erwarten können. Da sie keinen Versuch machten, sich mit mir zu verständigen, sondern einfach lächelnd um mich standen und in weichen Tönen miteinander girrten, so begann ich die Unterhaltung. Ich zeigte auf die Zeitmaschine und auf mich. Dann zögerte ich einen Moment, wie ich die Zeit ausdrücken sollte, und zeigte auf die Sonne. Sofort folgte eine altfränkisch-hübsche kleine Gestalt in schäckigem Purpur und Weiß meiner Geste und erstaunte mich dann, indem sie den Schall des Donners nachahmte. Einen Moment wurde ich schwankend, obgleich der Sinn seiner Antwort klar genug war. Mir war plötzlich die Frage gekommen, sind diese Geschöpfe narren? Vielleicht verstehen sie kaum, wie sie mir kam, aber sehen sie, ich hatte immer angenommen, die Leute aus dem Jahre 2800 usw. würden uns an Wissen, Kunst und allem unglaublich voraus sein. Und nun stellte mir einer von ihnen plötzlich eine Frage, die ihn auf dem intellektuellen Niveau unserer fünf Jahre alten Kinder zeigte. und fragte mich, ob ich im Gewitter von der Sonne gekommen sei. Ich ließ das Urteil los, dass ich über ihre Kleider, ihre dünnen, leichten Glieder und zerbrechlichen Züge zurückgehalten hatte. Eine Flut von Enttäuschung stürzte mir durch den Geist. Einen Moment lang empfand ich, dass ich die Zeitmaschine vergebens gebaut hatte. Ich nickte, zeigte auf die Sonne und ahmte ihnen einen Donnerschlag so lebendig nach, dass es sie erschreckte. Sie traten alle einen Schritt oder so zurück und verbeugten sich. Dann trat einer lachend mit einer Kette von schönen Blumen, die mir ganz neu waren, zu mir hin und hängte sie mir um den Hals. Der Gedanke wurde mit melodischem Applaus aufgenommen und alsbald liefen sie alle nach den Blumen hin und her und bewarfen mich lachend damit, bis ich unter Blüten fast erstickte. Sie haben nie etwas Ähnliches gesehen und können sich kaum vorstellen, was für zarte und wundervolle Blumen zahllose Jahre der Kultur geschaffen hatten. Dann regte einer an, ihr Spielzeug solle im nächsten Gebäude gezeigt werden. Und so wurde ich an der Sphinx aus weißem Marmor vorbei, die mich die ganze Zeit mit einem Lächeln über mein Staunen beobachtet zu haben schien, zu einem großen grauen Gebäude aus durchbrochenem Stein geführt. Als ich mit ihnen ging, trat mir mit unwiderstehlicher Heiterkeit die Erinnerung an meine zuversichtlichen Prophezeiungen von einer tief ernsten und intellektuellen Nachwelt vor die Seele. Das Gebäude hatte einen riesigen Eingang und war überhaupt von kolossalen Dimensionen. Mich beschäftigten natürlich am meisten die wachsende Menge kleiner Leute und die großen offenen Portale, die mir schattenhaft und geheimnisvoll entgegengähnten. Mein Haupteindruck von der Welt, die ich über ihren Köpfen sah, war der einer verwirrten Wüste von wundervollen Büschen und Blumen, der eines lange vernachlässigten und doch von Unkraut reingebliebenen Gartens. Ich sah eine Anzahl hoher Ähren von seltsamen weißen Blumen, die vielleicht quer über der Fläche der wechselnden Blütenblätter einen Fuß maßen. Sie wuchsen zerstreut wie wild unter mancherlei Büschen, aber wie gesagt, ich untersuchte sie nicht weiter. Die Zeitmaschine blieb auf dem Rasen zwischen den Rotodendronen zurück. Der Torbogen war mit reicher Skulptur geschmückt, aber natürlich sah ich die Arbeit nicht sehr genau an, obgleich ich im Durchgehen Erinnerungen an altphönizische Dekorationen zu bemerken meinte und mir auffiel, dass sie sehr mitgenommen und verwittert waren. Mehrere heller gekleidete Leute traten mir im Torweg entgegen und so gingen wir hinein. Ich in schmutzige Kleider des 19. Jahrhunderts gekleidet, grotesk genug mit Blumen begrenzt, umgeben von einer wirbelnden Masse heller, reichfarbiger Gewänder und leuchtender Gelieder in einem melodischen Tanz des Lachens und lachender Rede. Das große Tor führte in eine entsprechend große, braun behangene Halle. Das Dach lag im Schatten und die zum Teil mit farbigem Glas versehenen und die zum Teil unverglasten Fenster ließen ein mildes Licht ein. Der Boden bestand aus ungeheuren Blöcken eines sehr harten, weißen Metalls. Keinen Plattenblöcken und er war so abgenutzt, wie ich meinte, durch das Hin- und Hergehen vergangener Generationen, dass die häufiger betretenen Wege zu tiefen Kanälen geworden waren. Quer zu Länge standen unzählige Tische, die, aus plattenpolierten Steins gemacht, vielleicht vom Boden einen Fuß hoch und mit Haufen von Früchten besetzt waren. Einige erkannte ich als eine Art überzüchteter Himbeeren und Orangen, die meisten waren mir fremd. Zwischen den Tischen war eine große Zahl Kissen ausgebreitet. Auf diese setzten meine Führer sich und winkten mir das Gleiche zu tun. Mit einer hübschen Abwesenheit jeder Zeremonie begannen sie die Früchte aus den Händen zu essen, indem sie Schale und Stängel usw. weiter in die runden Öffnungen an den Tischseiten warfen. Ich ließ mich nicht zweimal bitten, denn ich war hungrig und durstig. Dann überblickte ich die Halle mit Muße. Und was mir vielleicht am meisten auffiel, das war ihr verfallenes Aussehen. Die bunten Glasfenster, die nur geometrische Muster zeigten, waren an vielen Stellen zerbrochen und die Vorhänge, die vor dem unteren Ende hingen, waren dick mit Staub bedeckt. Und es fiel meinem Auge auf, dass die Ecke des nächsten Marmortisches gebrochen war. Trotzdem war der Gesamteindruck außerordentlich reich und malerisch. Es aßen vielleicht ein paar hundert Leute in der Halle und die meisten setzten sich mir so nahe sie kommen konnten und beobachteten mich mit Interesse. Ihre kleinen Augen leuchteten über den Früchten, die sie aßen. Alle waren in das weiche und doch starke, seidige Material gekleidet. Früchte waren nebenbei ihr einziges Gericht. Diese Leute der fernen Zukunft waren strenge Vegetarier und solange ich bei ihnen war, musste auch ich trotz einigen fleischlichen Verlangens Fruchtesser sein. Ich fand sogar später, dass Pferde, Rinder, Schafe und Hunde dem Ichdiosaurus in die Ausstellung gefolgt waren. Aber die Früchte waren sehr angenehm. Besonders eine, die, als ich dort war, ihre Zeit zu haben schien. Ein mehliges Ding in dreikantiger Hülse war gut und ich machte sie zu meiner Hauptnahrung. Zuerst verwirrten mich alle diese fremden Früchte und die fremden Blumen, die ich sah, aber später begann ich, ihre Bedeutung einzusehen. Doch ich erzähle Ihnen jetzt von meinem Obstdiner in der fernen Zukunft. Sobald mein Appetit ein wenig gestillt war, beschloss ich, einen entschlossenen Versuch zu machen und die Sprache dieser meiner neuen Menschen zu lernen. Die Früchte schienen ein passendes Thema zum Anfang und indem ich eine davon hochhielt, begann ich eine Reihe von fragenden Lauten und Gesten. Ich fand es außerordentlich schwer, klarzumachen, was ich meinte. Zuerst trafen meine Bemühungen auf überraschte Blicke oder unlöschbares Gelächter. Aber dann schien ein blondhaariges, kleines Geschöpf meine Absicht zu begreifen und wiederholte einen Namen. Sie hatten untereinander lange zu plappern, sich die Sache auseinanderzusetzen und meine ersten Versuche, ihre feinen, kleinen Sprachtöne zu sprechen, erregten ungeheures, unverhohlenes, wenn auch unhöfliches Vergnügen. Aber ich fühlte mich wie ein Lehrer unter Kindern und blieb standhaft. Und bald hatte ich wenigstens einige 20 Substantiver zur Verfügung und dann versuchte ich Pronomen zu demonstrieren und sogar das Verbum Essen. Die kleinen Leute waren bald müde und wollten meine Fragen los sein und so beschloss ich, ziemlich gezwungenerweise, ihnen ihre Lektionen in sehr kleinen Dosen zu geben, wenn sie Lust hatten. Und sehr bald fand ich, dass es wirklich sehr kleine Dosen sein mussten, denn ich bin nie indolenteren oder schneller müde werdenden Leuten begegnet. Etwas Wunderliches entdeckte ich bald an meinen kleinen Wirten und das war ihr Mangel an Interesse. Sie kamen wohl wie Kinder mit gierigen Rufen des Staunens zu mir, aber bald hörten sie auf, mich zu prüfen und liefen einem anderen Spielzeug nach. Als das Essen und die Anfänge meiner Konversation zu Ende waren, bemerkte ich zum ersten Mal, dass alle, die mich zuerst umgeben hatten, fort waren. Auch das ist merkwürdig, wie bald ich diese kleinen Leute nicht mehr beachtete. Ich traf fortwährend mehr von diesen kleinen Menschen der Zukunft und sie folgten mir in einem kleinen Abstand, schwätzten und lachten über mich und überließen mich meinen eigenen Plänen, sobald sie mich freundlich angelächelt und angestikuliert gestikuliert hatten. Als ich aus der großen Halle heraustrat, lag die Abendruhe über der Welt und die warme Glut der untergehenden Sonne beleuchtete die Szene. Zuerst waren die Dinge sehr verwirrend. Alles war so ganz anders als in der Welt, die ich gekannt hatte, selbst die Blumen. Das große Gebäude, das ich verlassen hatte, lag am Hange eines breiten Flusstals, aber die Themse hatte ihren Lauf um vielleicht eine Meile von ihrem gegenwärtigen Bett verschoben. Ich beschloss, vielleicht anderthalb Meilen entfernt auf den Gipfel eines Hügels zu steigen, von dem aus ich einen weiteren Ausblick auf unseren Planeten im Jahre 800 2701 nach Christus haben würde, denn das, so sollte ich erklären, war das Datum, das die kleinen Zifferblätter meiner Maschine angaben. Als ich dorthin ging, war ich für jeden Eindruck wach, der etwa den Zustand verfallenen Glanzes erklären helfen konnte, indem ich die Welt fand, denn es war eine Welt in Trümmern. Ein wenig den Hügel hinauf zum Beispiel lag ein großer Haufen von Granit, der durch Aluminiummassen gebunden war, ein ungeheures Labyrinth jäher Mauern und zerbröckelter Massen, zwischen denen dichte Haufen sehr schöner, pagodenartiger Pflanzen standen, vielleicht Nesseln, aber um die Blätter wundervoll braun gefärbt und nicht imstande zu brennen. Es waren offenbar die Trümmer eines Riesenbaus, wozu erbaut, das konnte ich nicht bestimmen. Hier sollte ich zu einer späteren Zeit ein sehr seltsames Erlebnis haben, die erste Andeutung einer noch seltsameren Entdeckung, doch davon will ich an seiner Stelle sprechen. Als ich mich mit einem plötzlichen Gedanken von einer Terrasse aus, wo ich eine Weile Route umsah, entdeckte ich, dass keine kleinen Häuser zu sehen waren. Offenbar war das einzelne Haus, vielleicht sogar der Haushalt, verschwunden. Hier und dort standen im Grün palastartige Gebäude, aber das Haus und Landhaus, das einen so charakteristischen Zug englischer Landschaft ausmacht, war nicht mehr vorhanden. Kommunismus, sagte ich zu mir selber. Und dem Gedanken folgte ein weiterer auf den Versen. Ich sah das halbe Dutzend kleiner Gestalten an, die mir folgten. Da sah ich im Blitz, dass alle das gleiche Kostüm trugen, alle die gleichen weichen, haarlosen Gesichter und die gleiche mädchenhafte Rundung der Gliedmaßen zeigten. Es mag vielleicht seltsam erscheinen, aber das war mir noch nicht aufgefallen. Doch alles war so fremd. Jetzt sah ich die Tatsache deutlich genug. Im Kostüm und in all den Unterschieden des Gewebes und der Machart, die jetzt die Geschlechter markieren, waren diese Leute der Zukunft gleich. Und die Kinder schienen mir nur die Miniaturen ihrer Eltern zu sein. Ich fand schon jetzt, dass die Kinder jener Zeit außerordentlich frühreif waren, wenigstens physisch, und ich fand später reichliche Bestätigung meiner Meinung. In Anbetracht der Ruhe und Sicherheit, in der diese Leute lebten, empfand ich, war diese enge Ähnlichkeit der Geschlechter schließlich nur, was man erwarten musste. Denn die Kraft eines Mannes und die Weichheit einer Frau, die Institution einer Familie und die Trennung der Beschäftigungen waren bloße kriegerische Notwendigkeiten einer Zeit der Gewalt. Wo die Bevölkerung im Gleichgewicht und reichlich vorhanden ist, werden viele Geburten für den Staat eher zum Übel als zur Segnung. Wo die Gewalttat selten wird und die Nachkommenschaft sicher ist, da ist eine kräftige Familie weniger nötig, ja unnötig, und die Spezialisierung der Geschlechter im Hinblick auf Bedürfnisse ihrer Kinder verschwindet. Einige Anfänge davon sehen wir sogar schon in unserer Zeit, und in dieser Zukunft war es vollzogen. Dies, muss ich Sie erinnern, war, was ich mir damals zurechtlegte. Später sollte ich einsehen, wie weit ich fehlgeschossen hatte. Während ich über diese Dinge nachsann, zog ein hübscher, kleiner Bau meiner Aufmerksamkeit auf sich, etwas wie ein Brunnen unter einer Kuppel. Ich dachte flüchtig daran, wie sonderbar es war, dass noch Brunnen existierten, und dann nahm ich den Faden meiner Gedanken wieder auf. Bis zum Gipfel des Hügels gab es keine großen Gebäude mehr, und da meine G-Kräfte offenbar ein Wunder waren, so ließ man mich alsbald zum ersten Mal allein. Mit einer seltsamen Empfindung von Freiheit und Abenteuer drang ich zum Hügel hinauf vor. Dort fand ich einen Sitz aus einem mir nicht bekannten gelben Metall, das stellenweise von rötlichem Rost angenagt und halb in weichem Moos erstickt war. Die Armlehnen des Sessels waren zu Greifenköpfen gefeilt. Ich setzte mich und überschaute den weiten Ausblick auf unsere alte Welt unter dem Sonnenuntergang jenes langen Tages. Es war eine so liebliche und schöne Aussicht, wie ich nur je gesehen hatte. Die Sonne stand schon unterm Horizont und der Westen war flammendes Gold mit einigen Horizontalstreifen von Purpur und Rot. Darunter lag das Temsetal, in dem der Fluss wie ein bandglänzenden Stahles floss. Ich habe bereits von den großen Palästen gesprochen, die unter dem mancherlei Grün verstreut standen, einige in Trümmern und einige noch bewohnt. Hier und dort erhob sich eine weiße oder silbrige Gestalt im wilden Garten der Erde. Hier und dort sah ich die scharfe Vertikallinie einer Kuppel oder eines Obelisken. Es gab keine Hecken keine Zeichen von Eigentumsrechten kein Zeugnis der Landwirtschaft. Die ganze Erde war ein Garten geworden. Als ich so niedersah, begann ich meine Deutung auf die Dinge zu legen, die ich gesehen hatte und wie sie sich an diesem Abend vor mir aufbaute, war meine Deutung etwa die folgende. Später fand ich, dass ich nur eine Halbwahrheit gewonnen hatte oder nur einen Widerschein von einer Schleifflasche der Wahrheit. Mir schien, ich war zu der Menschheit in ihrem Untergang gekommen. Der rote Sonnenuntergang gab mir den Gedanken eines Sonnenuntergangs der Menschheit ein. Zum ersten Mal begann ich eine sonderbare Folge der sozialen Anstrengung zu sehen, an der wir jetzt arbeiten. Doch ist es recht bedacht, eine ganz natürliche Folge. Die Kraft ist das Ergebnis der Not. Die Sicherheit setzt die Prämie auf Schwäche. Die Arbeit an der Verbesserung der Lebensbedingungen, der echte Zivilisationsprozess, der das Leben immer sicherer macht, war stetig bis zu einem Höhepunkt gestiegen. Dinge, die jetzt bloße Träume sind, waren mit Überlegung angegriffene und ausgeführte Pläne geworden. Und die Ernte war, was ich sah. Im Grunde sind Sanierung und Ackerbau unserer Zeit noch in rudimentärem Zustand. Die Wissenschaft unserer Zeit hat erst einen kleinen Teil vom Felde der menschlichen Krankheit in Angriff genommen, aber beharrlich und unaufhaltsam breitet sie ihre Operationen aus. Unser Acker und Gartenbau vernichten nur eben hier und dort ein Unkraut und kultivieren vielleicht etwa 20 gesunde Pflanzen oder so und überlassen es der größeren Zahl, so gut sie können, ein Gleichgewicht auszukämpfen. Wir verbessern unsere Lieblingspflanzen und Tiere und wie wenige sind es durch allmähliche Zuchtwahl. Bald einen neuen und besseren Pfirsich, bald eine samenlose Traube, bald eine schönere und größere Blume, bald eine brauchbarere Rinderrasse. Wir verbessern sie langsam, weil unsere Ideale unklar und nur Versuche sind und unser Wissen sehr beschränkt, weil auch die Natur in unseren plumpen Händen scheu und langsam ist. Eines Tages wird all das besser und immer besser organisiert werden. So treibt der Strom trotz seiner Wirbel. Die ganze Welt wird intelligent und gebildet sein, wird zusammenarbeiten, alles wird schneller und schneller auf die Unterjochung der Natur losarbeiten. Schließlich werden wir die Waage des animalischen und vegetabilischen Lebens klug und sorgfältig stellen, sodass sie unseren menschlichen Bedürfnissen entspricht. Diese Anpassung, sage ich, musste geschehen sein, und zwar gut, musste in der Zeit, die meine Maschine durchsprungen hatte, für alle Zeiten vollzogen sein. Die Luft war frei von Mücken, die Erde von Unkraut und Schwamm. Überall sah ich Früchte und liebliche und köstliche Blumen, leuchtende Schmetterlinge flogen hierhin und dorthin. Das Ideal vorhandener Medizin war erreicht. Krankheiten waren ausgetilgt. Ich habe während meines Aufenthalts kein Zeugnis ansteckender Krankheiten gesehen und ich werde ihnen später erzählen müssen, dass selbst die Prozesse der Fäulnis und des Verfalles durch diese Veränderung tief berührt worden waren. Auch soziale Triumphe waren erreicht. Ich sah die Menschheit in glänzenden Gebäuden untergebracht, glorreich gekleidet und bislang hatte ich sie noch an keiner Arbeit betroffen. Ich sah keine Zeichen des Kampfes, der Laden, die Anzeige, der Verkehr, all der Handel, der die Masse unserer Welt ausmacht. All das war verschwunden. Es war natürlich, wenn ich an jenem goldenen Abend den Sprung zum Gedanken eines sozialen Paradieses machte. Der Schwierigkeit der wachsenden Bevölkerung dachte ich mir, war man entgegengetreten und die Bevölkerung stieg nicht mehr. Aber mit diesem Wandel der Bedingungen kamen unweigerlich Anpassungen an den Wandel. Wenn die Biologie nicht ein Haufe von Irrtümern ist, 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 die Ursache menschlicher Intelligenz und Kraft? Mühlsaal und Freiheit, Bedingungen, unter denen die Tätigen, Starken und Feinen überleben und die Schwächeren an die Mauer gedrückt werden, Bedingungen, die die Prämie auf eine Vereinigung fähiger Männer, auf Selbstzucht, Geduld und Entschiedenheit setzen. Und die Institution der Familie und die Empfindungen, die in ihr ihren Ursprung haben, die wilde Eifersucht, die Zärtlichkeit für Nachkommenschaft, elterliche Hingabe, all das fand seine Rechtfertigung und Stütze in der drohenden Gefahr für die Jugend. Wo sind jetzt diese drohenden Gefahren? Es erhebt sich eine Empfindung und sie wird wachsam gegen die eheliche Eifersucht, gegen wilde Mutterleidenschaft, gegen Leidenschaft jeder Art, unnötige Dinge jetzt und Dinge, die uns unbehaglich machen, wilde Überreste, Missklänge in einem verfeinerten und heiteren Leben. Ich dachte an die physische Schmächtigkeit der Leute, an ihren Mangel an Intelligenz und an diese großen zahlreichen Ruinen. Das verstärkte meinen Glauben an die vollständige Eroberung der Natur. Denn nach der Schlacht kommt die Ruhe. Die Menschheit war stark, energisch und intelligent gewesen und hatte all ihre überreichliche Lebenskraft dazu benutzt, die Bedingungen, unter denen sie lebte, zu ändern. Und jetzt kam die Reaktion der veränderten Bedingungen. Unter den neuen Bedingungen vollkommener Behaglichkeit und Sicherheit musste jene rastlose Energie, die bei uns Stärke ist, Schwäche werden. Schon in unserer eigenen Zeit sind Neigungen und Wünsche, die einst zum Überleben nötig waren, zur beständigen Quelle des Misslingens geworden. Physischer Mut und Liebe zum Kampf zum Beispiel sind für den zivilisierten Menschen keine große Hilfe mehr, können ihm selbst Hindernisse sein. Und in einem Zustand physischer Balance und Sicherheit wäre physische wie intellektuelle Macht nicht am Platze. Seit unzähligen Jahren urteilte ich, hatte es keine Gefahr des Krieges oder vereinzelter Gewalttat mehr gegeben, keine Gefahr von wilden Tieren, keine zerstörende Krankheit, die eine Kraft der Konstitution erforderte, keinen Zwang zur Arbeit. Für ein solches Leben sind die, die wir die Schwachen nennen würden, ebenso gut ausgerüstet wie die Starken. Sie sind nicht mehr schwach. Ja, sie sind besser ausgestattet, Energie verzehrt, für die sie keinen Abfluss hätten. Ohne Zweifel war die erlesene Schönheit der Gebäude, die ich sah, das Ergebnis der letzten Erhebungen der jetzt zwecklosen Energie der Menschheit, ehe sie sich zu vollkommener Harmonie mit den Bedingungen, unter denen sie lebte, zusammenfand, die Blüte des Triumphes, mit dem der letzte große Frieden begann. Das ist von jeder Schicksal der Energie in Sicherheit gewesen. Sie wendet sich zur Kunst und Erotik und dann kommt Mattheit und Verfall. Selbst dieser künstlerische Ansturm stirbt zuletzt hin, war in der Zeit, die ich sah, fast erstorben. Dass sie sich mit Blumen schmückten, im Sonnenschein tanzten und sangen, so viel war vom artistischen Geist geblieben, mehr nicht. Selbst das musste schließlich zu zufriedener Untätigkeit erlöschen. Wir werden auf dem Schleifstein des Schmerzes und der Not scharf gehalten. Und mir schien, hier war der verhasste Schleifstein endlich gebrochen. Als ich dort im wachsenden Dunkel stand, meinte ich, ich habe mit dieser einfachen Erklärung das Problem der Welt bemeistert, das ganze Geheimnis dieser köstlichen Leute bemeistert. Vielleicht hatten die Hindernisse, die sie gegen das Anwachsen der Bevölkerung erfunden hatten, nur zu gut gewirkt und ihre Zahl hatte sich sogar vermindert, statt konstant zu bleiben. Das würde die verlassenen Ruinen erklären. Sehr einfach war meine Erklärung und plausibel genug. Wie es die meisten falschen Theorien sind. Die nächste Folge der Zeitmaschine bald in der Hörbar. Abonnieren Sie und bleiben Sie dabei. Bye.